Ich lag völlig falsch. Ich dachte, um mein Leben zu kontrollieren, müsste ich etwas Ungewöhnliches tun. Ich dachte, ich müsste alles in Ordnung bringen. Aber die Geheimnisse der Welt muss man genießen, nicht lüften. Ich bin nur eine von vielen, die versucht, sie zu wahren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird, Jonah. Aber welches Abenteuer mich auch erwartet, ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mich selbst nicht so ernst zu nehmen. Tee, Miss Croft? Sehr gern. Im Moment ist es einfach nur schön, zu Hause zu sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017